Hey Leute und herzlich Willkommen zurück zu Garys Mods Sandbox mit dem Tudu, mit dem Kevin und mir den Grantl Bart. Hallo. Moin. Moin. Alter, das Glomander ist richtig geil. Das Glomander ist richtig gut geworden, Alter. Bäm. Mega Feuer. Feuer. Ey, das ist aber echt zu gut gemalt, Mann. Das erkennt man sofort. Mann, das ist richtig nice. Dachte nicht gleich an Pokémon, deswegen habe ich verloren. Ja. Alter, jetzt bin ich schon wieder dran. Ein Auge zu. Ja, Kevin ist dran. Ich muss die ganzen Schnüre wieder weg machen. Moment, Moment. Du musst mal ein cooles Glomander wieder weg machen. Also mit den Schnüren malen sieht man, das funktioniert wunderbar. Also ich meine es mal was ganz einfaches, ist aber egal. Was heißt malen? Du darfst gerne malen. Achso. Oh mein Gott. Hält er die Minigall in der Hand, ne? In einer Hand. Oh mein Gott. Der Block verlässt die Spirale. Komm, da machen wir jetzt alle dreimal Minigall Sperrfeuer. Okay, los geht's. Seid ihr bereit? Ich habe keine Minigall. Wo ist sie? Ich nehme die, die verzieht nicht so. Egal. Mega Richtung. Oh. Oh. Boah. Reicht. Oh. Ey. Scheiße. Okay guck, komm jetzt. Los jetzt. Wir müssen das nie noch entscheiden, hier. Reicht. Reicht doch Kevin jetzt. Achtung! Kevin darf auch malen. So, weißt du, wie das funktioniert? Seil, wie ein Seil kann ich nehmen, ja. Genau, du nimmst Seil und bei ganz unten kannst du die Dicke einstellen. Ich teste mal. Okay, das ist nice. Okay, ich fang an. Wo ist mein Stuhl? Das wird interessant. Warum liegt ein Stuhl da hinten? Keine Ahnung, vielleicht hat der Stuhlgang. Warte, ich sitze noch nicht. Stopp. Schiebungen, Seil. Kreatives Seil. Seilartisten. Das ist doch... Großer Bart Stichmann. Stichmännchen. Ein Dimension an der Welt. Schneemann. Tick, Tick und Tack. Ein Schwert. Ein Zackenschwert. Ein Schlüssel. Schlüsselschwert. Das mystische Schwert Frostmon. Eine Säge. Dicke Bart. Das ist richtig schwer, dass wir verbinden. Zacken Bart, meinst du nicht, du wolltest was Einfaches nehmen? Oh, Tannenbaum. Eine Straße in Russland. Sternschnuppe. Geil. Was zum Penis ist denn das? Blitze. Zeus. Ähm. Ähm. Plankton. Cooper. Ein Scheißhaufen. Jawoll. Jawoll. Ein dampfender Scheißhaufen, Alter. Cheats, Alter. Cheats. Du, du hast verraten. Nice. Damit habe ich 8 verdammte Punkte. Das soll ein verdammter Scheißhaufen sein, ey. Ein dampfender Scheißhaufen. Ganz ehrlich, du bist ein Haufen Scheißhaufen, ey. Geil. Nice. Wer ist der Nächste? Ich bin wieder dran. Der Granzer ist dran. Ach, das war eine Session. Ich glaube, die Map hier tue ich speichern und irgendwie... Weiß nicht, ob ich die freigeben kann oder so. Aber wir haben noch eine Seite für eine Idee. Schattenspiechchen. Das stimmt. Eine Idee kann auch hinzukommen. Schattenspiechchen mit Grantlbart. Wir haben alle Angst vor Schattenspiechchen mit Grantlbart. Okay. Bin auf dem Sitz. Oh yeah. Passt auf eure Dings. Das hatten wir jetzt auch schon länger nicht mehr, ne? Schatten. Penis. Yes. Und ich habe auch schon eine gute Idee. Ah. Davos. Fliegende Untertasse. Witter Sport. Kevin. Aufploppen der Kevin. Kevins Gravity Gun. Ich bagge fest. Was? Was soll das sein? Wernders Brot. Bist du schon fertig oder was? Nein. Doremi. Das ist ein riesiger Penis. Das ist eine Penisnase. Werner. Das ist Werner. Nein. Doch. Dann ist das Perry das Schnabeltier aus diesem Disney-Ding. Ne, das ist Anton. Ne, das ist ein F. Großes F. Hä? Verdammt. Warum? Alter, du stehst mittendrin. Ich bin noch gar nicht fertig. Hä? Ne Einfahrt. Tag nochmal. Das ist ein bisschen zu lang, Alter. Ja, dann geh doch weiter weg vom Licht, dann wird der Schatten kleiner. Achja, stimmt. Idiot. Kaktus. Sprungbrett. Ah. Das Sprungbrett ist nice. Das ist echt... Da bist du auch gar nicht auf dem... Pinocchio! Verdammt! Ja, Alter! Kommst du auf Pinocchio, 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 Alter! Also, drei, vier, fünf, sechs, vier, acht, neun Punkte habe ich hiermit! Verdammt der Scheiß! Ich war noch überhaupt nicht fertig. Verdammt der Scheiß! Scheiße, der Tool hat gleich gewonnen, Alter! Neun Punkte habe ich! Darf nicht wahr sein. Und damit bin ich, glaube ich, wieder dran, oder? Ja. Äh, ja. Du bist dran. Na gut, dann kannst du schon mal nicht gewinnen. Das ist gut. Ich liebe dieses Spiel. Was eine Sau. Oh, wir machen schon viel zu lange! Was? Fünf Minuten! Okay, dann habe ich, äh, fünf Minuten sicher? Mach mal! Ja! Dann habe ich meine Uhr nicht gestoppt. Hör mal auf! Okay, das tut mir leid. Hör mal auf! Bei mir steht gerade hier so 22, 23 Minuten. Fünf Minuten. Sechs Minuten. Dann habe ich die Uhr nicht gestoppt, das tut mir leid. Ich sage Stopp! Und? Oh, ah, oh. Was war das? Ah! Bauen! 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 Ne, da drüben. Ne, da drüben. Hier ist Bauen. Was baue ich? Real Life Bauen! Ah! Ich habe, ich habe eine Idee. Habe ich eine Idee? Nichts! Ein Hauch von gar nichts! Gar nichts! Weniger als gar nichts! Minus 0! 0! 8! 88! 89! Okay, das wird jetzt wieder ein bisschen schwerer. Tetris! 478! Tetris! Tetris! Missgeburt! Game Boy! Game Boy, der nur Tetris spielen kann! Straße! Bank! Bank! Spungbrett! Kanone! Penis! Kanone! Schwung mit Penis! Kanone! Dreier! Zum Runterspringen! Entschuldigung, nur was! Handfeuerwaffe! Ich fordere mehr Details! Pistole! M4A1! Du Arschloch! Jetzt echt! Mit einer M4 wollte ich machen, ja? Alter, das geht's nicht, ey! Nein! Das geht's doch nicht! Ohlalalalalala! Ein Ratepunkt für Grantlbart! Ohlalalalalalalalalalalalalalalal! Grantepunkt! Damit hat Grantlbart 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! 7 Punkte für Grantlbart! Kevin hat 1, 2, 3, 4, 5, 6! Nooo! Yeah! Und damit ist Kevin dran! Und meine Chance zum Abschluss! Da muss ich mir was Hartes überlegen! Nee! Ich weiß nicht genau, was ich machen werde! Nimm was, was ich erraten kann! Weil der Tour darf nicht gewinnen! Ich werte das als Stopp! Stopp! Und? Das wird malen, das wird malen! Nein! Schattenspiele! Okay! Ja! Spaß! Euphorie! Vergnügen! Vergnügen! Hast du schon ne Idee? Ähm, ja, ich bin noch so, äh, noch nicht ganz fertig, aber... Er hat die Idee, keine Idee zu haben! Genau! Bau doch ne Katze, die Quests verteilt! Okay, mach ich! Los geht's! Oder ne Katze, die dich angreifen möchte, weil sie bemerkt, wie du sie beklaut hast! Ne Katze Level 20, Alter! Oder bau doch nen riesigen fetten Ork, den wir immer wieder angreifen und veranzt sich immer wieder! Haut ab und lässt mich kämpfen, Alter! Oder, oder, bau doch den High-Track, den Tudu mir nicht geben will! Den was? Den High-Track, den Tudu mir nicht geben will! Den was? Das ist Plankton, ne Sonne! Pinocchio! Sonne! Rasierblatt, Rasierschaum! Dieses Mond-Pokemon! Sonne! Nein! Sonnenflora-Monster! Nein! Digimon! Sonnen... Rosetten-Arsch! Sadomaso-Spielzeug! Ne Rosette mit Kringel drumrum! Salatschüssel-Arsch! Salat... Morgenstern! Nippel! Nippel! Nippel-Piercing! Piercing-Nippel! Tattoo-Mund-Tattoo! Arsch-Tattoo! Sonnen-Mund-Sterne! Ähm... Zahnrad! Nein! Hättet ihr sein können, Mensch! Zahn-Arsch! Zahn-Arsch! Zahn-Arsch, ja! Ähm... Zacken-Zacken-Barsch! Zacken-Arsch! Zacken-Barsch! Das ist doch eindeutig... Monstrums-Arsch! Ey, lass das Licht! Arsch des Todes! Mach... Bau mehr Sachen, Alter! Äh... Ey, lass das los! Ohne Scheiß! Komm mal voran hier! Was soll das da? Titten-Monster! Mach mal hin, ey! Titten-Monster mit Zahnrädern! Oha! Mit Zahnrad betriebene Titten-Monster! Dragon Ball! Ich größe es ein bisschen! Dragon Ball! Ich hab einen Kevin gefangen! Jaaa! Ich hab ihn! Wolltest du noch mehr Time, damit wir noch weniger Zeit haben? Okay! Ich release das, Kevin! Wo bin ich jetzt? Das ist doch voll der Dragon Ball, Alter! Der hat gar nichts gesagt hier! Langweiliges Pokémon! 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 Dings Bums! Das ist eine Titte mit einem Pflaster drauf! PS Vita! iPad! Schüler! Schülertitten! Helm! Schülertitten! Schülertitten! Das darf nicht wahr sein! Das darf nicht wahr sein! Das darf einfach nicht wahr sein, ey! Jawoll! Alter! Zehn Minuten erscheint doch noch nach einer Bonusrunde, oder? Wer wäre jetzt dran? Grantl? Wie? Zehn Minuten? Ja, wir haben zehn Minuten erst! Grantl ist dran, oder? Ja gut, dann machen wir noch eine Bonusrunde! Wer ist denn dran für doch nochmal? Ne, Kevin ist der Jüngste, dann bin ich wieder dran! Ne, du warst ja! Ne, oder? Ich bin doch gerade nach Kevin, Mann! Grantl ist nach mir dran, ja! Zum hundertsten Mal! Das! Hä? Ist Grantl jünger als Kevin? Jo! Ja, zum hundertsten Mal! Alzheimer doof! Okay! Alter, darauf rum! Sag Stopp! Jetzt hör auf das zu drehen, Alter! Doch, ich bin der Boss! Das ist die Bonus! Ich bin der Sieger! Das ist meine Runde! Ich darf bestimmen! Mann! Kindergeburtstag! Okay, du müsste... Ja, okay, doch! Stimmt schon! Dann können wir jetzt endlich mal... Ja, dann sag Stopp! Ja, dann stopp! Ja! Oh! Manipulationswind! Okay, Schattenspiele! Schatten! Schatten! Oh, ich bin über diesen Stuhl geflogen gerade! Lol! So! Ey, wenn du über diesen Stuhl springst, dann gleitet der bis davor! Jetzt baue ich das, was ich schon die ganze Zeit bauen will! Ne, das machst du auch ohne Stuhl! Haha! Hau rein! Ich brauche was Rundes! Ah, ist was Rundes! Wunderbar! Los, bau was! Geh da weg mit dem Scheiß! Golfball! Golfball! Glubschi! Äh, Özil! Özil! Das ist Özil, Alter! Was? Özil? Das ist Özil! Das ist Özil! Wieso ist das Özil? Das ist Özil! Wieso ist das Özil? Das ist Özil! Alter, der war mies! Özil! Oh Mann! Okay, das ist schlecht! Du lachst über sein Auge, er lacht über deinen Kontostand! Jetzt seid ihr quitt! Haha! Das ist... Was ist denn das? Ein Kuchen? Ne! Ein Raumschiff! So eine Spielfigur von... Mensch ärgere dich nicht! Äh... Scheiße! Mütze! Ein kleines Mädchen mit Röckchen! Eric Cartman! Nein! Alter, das wäre ein super Cartman! Ja, das wäre echt ein super gewesen! Ein Schneemann! Mickey Maus! Ein Schlüsse... Ein Schlüsselloch! Ne! Das ist auf jeden Fall ein Ohr, das stimmt schon! Ein Ohr! Du hast so einen fetten Kopf! Und so ein kleines Ohr! Ah, das ist Grandel Bart! Das ist da unten ein Bart, Alter! Ich versuche mein Logo zu bauen! Alter! Der Bart war mir zäckig, aber nice! Ist aber nicht so schwierig... Und ich sag mal, du hast so einen fetten Kopf! So ein Bart-Crop! Ach, das Ding hat wieder keinen Schatten! Doch, jetzt hat's einen Schatten! Doch, jetzt hat's einen Schatten! Nein, jetzt hätte ich halt noch den Knochen gemacht! Irgendwie so! Ja, man! Echt cool! Ja? Das weißt du? Ja! Ja gut! Ja, jetzt haben wir noch eine Minute! Wir haben 13 Minuten! Das können wir noch alles kaputt machen! Nein, nix! Nein, warte! Lass mich mal irgendwie speichern! Speichere mal diese Map, Alter! Das müssen wir auf jeden Fall speichern! Ich versuch's! Wisst du was wir machen? Aber ich kann das glaube ich nicht im Multiplayer laden! Nicht? Ich glaub das geht! Ich glaub nicht! Okay, vielleicht... Vielleicht geht's ja, vielleicht nicht! Ähm... Auf jeden Fall, vielleicht haben die Zuschauer eine Idee, was man als dritte... Ja, eben! Als vierte! Ne, als dritte, Entschuldigung! Ja, als vierte! Ja, als vierte! Und ähm... Selbst wenn's nicht speichert, das ist ja... In 10 Minuten hab ich das wieder gebaut! Ja, also das ist jetzt nicht das große Problem! Würde ich sagen! Also vielleicht habt ihr, liebe Zuschauer... Habt ihr ne Idee, was man da machen kann! So, also was man als vierten großen Wettbewerb da machen kann! Ja! Ne? Ja! Und jetzt... Ich überleg grad noch... Ich wette, wenn ich mir fünf Minuten gebe, hätte ich nen super Einfall dafür, aber... Die Folge ist zu Ende und das dürfen die Zuschauer entscheiden! Lass das doch ruhig mal die Zuschauer machen! Und wehe, ihr schreibt dahin... Baut da was riesiges aus Holz und zerstört's wieder! Was das? Nein, du Arschgesicht! Weil das ist... Sieben Achtel aller Kommentare an Gary's Wort! Baut etwas riesiges aus Holz und zerstört es! Deswegen hab ich gefragt, ob du die Map gesaved hast! Ja, eigentlich ja, aber ich weiß halt nicht, ob's klappt! Irgendwie kommt das gar nicht an hier! Ja, zum Glück! Das erste Mal, wo es überflüssig wäre! Ja, weil du's in den Himmel gemacht hast! Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute! Bis zum nächsten Mal! Wir singen! Tschüss!